Mein Name ist Ralf Kaspers, normalerweise stehe ich bei Wismar vor der Kamera oder bei der Sendung mit der Maus oder bei Quarks und Kaspers oder bei ganz vielen anderen. Heute hier bei Tech Fieber. Ich bin auf jeden Fall ein Klugscheißer und auch ein Besserwisser. Ich bin nicht so sehr ein Nerd, ich glaube ich bin eher ein Geek. Ich konnte auch mit den ganzen Schulfächern nicht so viel anfangen. Ich habe tatsächlich Abitur gemacht, aber hauptsächlich in Laberfächern, also Englisch und Deutsch waren meine Leistungskurse. Und dann habe ich an der Kunsthochschule studiert und habe auch da mit Naturwissenschaft jetzt nicht so viel zu tun gehabt. Technologien würde ich nicht nennen, Menschen, die mir helfen. Aber ansonsten, ich finde Staubsaugen super, weil es nichts Besseres gibt als dieses Geräusch von Körnchen und Staub, die hochgesaugt werden. Das ist großartig. Deshalb mag ich auch bügeln total gerne. Ich finde es schön, wenn so verknitterte Sachen, zerknitterte Sachen wieder glatt werden. Also wenn man direkt ein Ergebnis sieht, finde ich super. Ich bin sehr einfach gestreckt. Ich versuche generell, meine vier Wände so leer wie möglich zu lassen und nicht vollzustellen. Wenn mich was anspricht, dann ist es das Reduzierte. Ich fand es interessant, mich mit David zu unterhalten, der erzählt hat, dass sie eben nicht vom Design gucken, sondern gucken, was sie halt brauchen. Also das Innere wird zuerst entwickelt und dann guckt man einfach, was man draußen rum machen kann. Das finde ich auch angenehmer. Also Aussehen ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Es ist nichts. Das ist nichts. Das ist nichts. Ich bin es nicht. Ein rundherum für die Welt. Und People's. Es ist nichts.